Der Mond ist aufgegangen Die goldenen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar Am Himmel Hallo. Fünf, fünf, flitz, flirten. Flirtenden Pärchen, flirtenden Pärchen. Fünf, flirten, flirten, flirten. Fünf, flirten, flirten, flirten. Und ich nehme erst einmal meine Taschen ab und nehme meine E-Au. Mein Bereich! Dein Bereich! Mein Bereich! Dein Bereich! Das Projekt war ein Gespräch und da haben wir gesagt, was können wir dazu beitragen. Wir haben in unserem Arbeitszimmer eine Fotowand, schon lange. Wir haben so einen Hängesessel hingegenkt, weil man hier in der normalen Sitzhöhe nicht aus dem Fenster klicken kann. Diese Wohnung hat so einen fantastischen Blick, das wäre richtig schade drum. Gestern fragten mich auch die Besucher, die haben ja dann auch Hemmungen, sie haben den Privatbereich, das ist sozusagen der intimste Bereich, den wir hatten in den Wohnungen. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wir seit zehn Jahren mit einer ehemaligen Schülerin zusammenleben hier im Haus und haben es nie, also gesehen haben wir schon mal und nie erkannt, aber jetzt erkennt man sie. Guck, ich habe zu Hause so geweint. Siehst du mit? Das kann ich mir sehr viel vorstellen. Wenn ich meinen Kindern sage, spielt, beginnen sie zu spielen. Gerade das macht es spannend. Be tiver was. viel Spaß? Die46 Tage beenden. So ziemlich viel Spaß machen. Über lasts능 stache. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018